Ohohoho Du hast mit der Ehekontakt mit Faith, bevor sie mit ihr reden. Ja, mach! Ohohoho Jetzt habe ich doch glatt vergessen, was ich sagen wollte. Irgendwie ist das ein bisschen gruselig finde ich. Also sie bewegt sich nicht so wie die Zwinker. Was sind das? Aufmerksamkeit. Danke für das Frage. Ich denke nicht, dass du das einfach, äh, naja, Bäume berühren oder... Ich, 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 ich würde es gerade nicht sagen, aber... Erstmal speichern und dann die Möpse anfassen. Ja. Schau, diese Dinge sind aufgelistet. Okay, wir reden mal mit dir. Hey Baby, ich bin Larry. Larry Laffer. Guten Abend, Sir. Äh, Zeit zu gehen, damit sie... Ja, was willst du nehmen? Ich zeige ihr meine Wertschätzung für ihre Dienstleistung oder Zeit zu gehen, damit sie heiß auf noch mehr wird? Erstmal mit dir reden. Ja. Habba, habba, habba. Habba, habba, habba. Also ganz ehrlich. Äh, zu voll leben, oder? Ich, ich... Okay, ne, liest du vor. Ich zeige ihr meine Wertschätzung für ihre Dienstleistung. Ich werde ihr meine Sympathie für sie zeigen. Da stehen die total drauf. Vielleicht ist es ihr wichtig, dass ich unsere Truppen unterstütze oder Zeit zu gehen, damit sie eben noch mal heiß auf mich wird. Was würdest du machen? Na, was denkst du? Ist sie jemand, der, äh, ich sag mal, die Trupps, äh, wertschätzt oder... Das spielt ja in den USA und die Amis sind da immer so drauf. Ja. Der Patholotismus ist ja... Ich denke, die braven Männer und Frauen, die unser Land safe halten, verdienen mehr, als wir nie bezahlen können. Ich habe die Penhäuser für ein paar schuldig, riechen Leute, die nicht überhaupt haben. Es ist nicht ziemlich das gleiche Sache. Ich weiß! Es ist schrecklich! Ich meine, es ist groß! Es ist sehr wichtig! Welches ist es? Ich bin nicht sicher, was du bekommst. Du bist lustig, Larry. Ich wünschte nur, dass dieses Job nicht so viel ausfällt. Es lässt mich mit so wenig Energie und Desire. Du weißt, was ich meine? Ja! Ich meine, als Professioneller, habe ich viel davon gesehen. Okay, dann zeigen wir... Ich finde es ja lustig, dass sie so, ja, so casual mit uns redet. Weißt du, alle anderen waren bis jetzt so, geh weg, du Ekel. Ja, bloß, entferne dich und sie scheint uns ja relativ charmant zu finden, obwohl wir sie gerade mit Haber, Haber, Haber angesprochen haben, ne? Also... Ja, so kriegst du die Miezen ans Gerät. Ja. Nicht. Ja. Okay, wir zeigen ihm mal unsere Sympathie. Um... Ja. Ja, ich lasse sie wissen, dass ich ihr Freund und nicht ihr Feind bin. So, Sweetheart, what's your sign? Libra. But I'm really on the cusp between Libra and Scorpio. And that's okay, because Jupiter is in Sagittarius in my fifth house, so I tend to be less judgmental than you think. Like, if my rising sign was Leo or something. Now, the Moon is in Gemini in my second house, so I... Mommy, make it stop. I'm not getting along very well with my parents, who are both Taurus. Am I boring you? You look a little glazed. No, 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 no. I'm just in awe of the depths of your astrological know-how. Thank you. You're a wonderful listener. Thanks. All I really had to do was stand here. Da, schlaf man. Wirklich? Ich mein, äh, ich glaub auch nicht, dass er hier großartig ins Gesicht geschaut hat bei der Unterhaltung. Ja. Ja, deswegen waren die Augen so glasig. Ich wäde mich anser für sie als Persönlichkeit interessieren. Oh, jetzt wird's der Ernst hier, ne? Ganz ernsthaft. Aber tatsächlich, wenn du diese Sprüche hier ernst nimmst und nicht so dumm wie Larry, sind das gute Tipps. Ja, eigentlich schon, aber wir spielen halt Larry, ne, also das ist halt unsere Hauptfigur, vergiss das nicht, ja. Okay, dann klicke ich mal. Was einen seltsamen Namen würde ich nicht nehmen, jetzt mag sie mich, also kann ich jetzt ganz direkt sein. Ich werde sie einladen, mit mir auszugehen, schlimmstenfalls sagt sie nein und erschießt mich. Da haben wir Geld für Ausgehen, das ist halt die Frage, ne. Also Faith, seltsamer Name würde ich, ich merke, ist halt die Frage, wie das ausliegt, das könnte eher so sein wie, oh, das ist aber ein sehr einzigartiger Name, erzähl mir mehr. Oh, ich kann grad nicht speichern. Ja, es könnte aber auch so sein, dass er sagt, oh, was ist ein Faith für ein Name, ist ja widerlich, ja. Komm, wir nehmen das unterste, oder? Ja, komm, go for it. Sag, Faith, ich bin nur in der Stadt für diese eine Nacht, wie geht es, wenn du aus dem Däumen kommst? Du bist süß, Larry, aber ich glaube nicht, dass ich nie unfaithlos zu meinem Freund sein könnte. Larry, it seems this one's going to require outside assistance. Äh, ja, ähm, entweder das, oder du bist ganz direkt. Wollen wir mal vielleicht ganz direkt sein, oder? So, Faith, baby, when do you get off? Usually when I'm with someone romantic. Oho. Hm, noch ein Versuch, oder? Don't just sit here all night doing nothing, baby. Why don't you come with me? Maybe, but right now, I'm working. You're a man of the world, Larry. Perhaps some sort of medical stimulant would help. Was soll das denn heißen? Hm. Helium, oder was? Soll wir Helium inhalieren, oder was? Und was will der jetzt von uns? Äh. What a gorgeous name. Thank you. I've always tried to live up to it. Hm, is that a good sign, or isn't it? I'll be back, baby. Don't go anywhere without me. I'm on duty all night. See you later. Also, ich kann nicht nachvollziehen. Müssen wir jetzt gerade mal machen? Ja. Oh. Hast du schon die Zunge genutzt, oder? Percent evokes an Atmosphere of sexy danger. It reminds you of those sweaty, overheated nights at Lookout Point, in the backseat of your father's car, trying to convince someone to come on in and make it a twosome. Oh. Ja. Ach, Mensch, ey. Dieses Spiel, ey, wirklich. Aber hey, ich meine, zumindest hatten wir schon mal eine Konversation. Ich frage mich zwar, was sie... Ich weiß, weil ich nicht... Ja, ich würde das nicht nochmal... Oder würde es jetzt nochmal sprühen? Ja. Hm. Ich meine, sie hat uns ja trotzdem gemocht. Also, es ist ja... Es ist ja nicht so, dass sie jetzt abgelehnt hat, weil wir stinken aus dem Mund, ja? Warte mal. Äh. We represent the Lollipop Girl. Naja, ich denke mal. Denkst du, das bringt was? Aber was ich auch komisch finde? You cleverly make Icon. Warte mal. Mal gucken, dass du was anderes bringt. My parents once told me that talking to things is the best way to get them to grow. It didn't work for my... Well, it didn't work for me. Hm. I'll be back, baby. Ist alles durchgegangen schon, ja? Ja. Ich dachte, jetzt kommen die Sätze irgendwie mit der Heliumstimme. Ja. Ich finde es ja irgendwie cool, doch da ist, da sagt sie, nein. Ich kann nicht. Ich habe einen Freund und so auf der anderen Seite, da sagt sie, ja, nur vielleicht mal gucken, wenn ich Feierabend habe, können wir ja mal eine Runde knickelknacki machen, ne? Also, scheint ja sehr sprunghaft zu sein. Ich verstehe immer noch nicht, was sie an Larry findet, aber... Hm. Oder? Ist ja auch lustig, oder? Ich meine... Ja. Okay. Rose. Your generous offer of a beautiful rose net you one raised eyebrow. Nothing more. Apparently this person isn't a botany. Auch der Ring wird bei ihr nicht ziehen, glaube ich, also generell. Weil, ne? Ich glaube, sie mag... Also, vielleicht wenn wir irgendwie so ein Astrologiebuch haben oder das aktuelle Horoskop aus der Zeitung, ich glaube, das gefällt dem ja, ne? Okay, wir gehen mal wieder und schauen uns die anderen Orte an. Ja. Ja, das ist ja nicht... Das ist ja... Geht das für den Streetstar. Ach, Larry. Das ist ein No-No. Ich bin ein Guest. Ich habe nicht von irgendwelchen Guest geteilt. Das ist ich. Ich bin einer dieser unannounced Guest. Ich bin einer dieser unannounced Guest. Ich soll mich aufrufen und herausfinden? Nein, nein, das ist okay. Ich habe nur meine Hand auf die Sachen. Okay. Na gut. Dann wieder runter. Yes. Jeez, es ist gut, dass wir wieder auf solidem Grunde sind. Und dann fangen wir mal zum nächsten Punkt. Aber ich finde, der kommt trotzdem voran. Also ich meine, das ist klar, wir müssen erstmal überall rumschauen, was es überall so zu tun gibt. Aber ich meine, jetzt haben wir ja zumindest eine potenzielle Dame gefunden. Oder? Kann man das so sagen? Axie! Ich meine, wenn das Spiel sozusagen in die Nahaufnahme geht, dann ist es meistens ein gutes Zeichen. Was in der Hölle hast du, Benny? Ja, wir haben es gehabt gehört. Was soll ich eigentlich, wenn wir kein Geld mehr haben? Das ist halt, weil ich mich wirklich frage. Ich glaube, dann müssen wir Glücksspiel oder so. Ja, come and go. Geh mal dahin. Immer... Jetzt konnte ich das nicht lesen, das ging zu schnell. Immer kleiner Überhang. Kannst einfach rausgehen, wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Du bezahlst nochmal fleißig. Wer ist denn das? Das ist aber wohl irgendwo gepasst worden, oder? Wer ist das? Aber es ist doch schön, wie versifft diese Stadt hier aussieht, oder? Ich meine, das ist ja wirklich so richtig... Also das ist so wirklich... Ein Traum. Vor allem... Vor allem diese Polizeisirenen, Schüsse und Schreie immer im Hintergrund. Ja. Ist doch bezaubernd, ne? Ich weiß auch. Do you need any help? Well, yeah. My name's Roddy Contiki. You don't need help. That's a great name. Anyway, I'm in a 12-step program. I try never to be more than 12 steps from a liquor store. Like this. I made that up. Anyway, nobody will sell me anything anymore, if you know what I mean. So, if you happen to come across any semi-fine fermented beverages, I'd reward any generosity, you'd care to show. Okay. I'll remember that, Mr. Contiki. You will? Huh. I didn't give you enough credit. Hm. Hey, warte, die Frage ist natürlich, willst du das jetzt wirklich sofort machen? Also, ich meine, wir könnten es machen. Es gibt ja keine Sackgassen, aber... Ich speichere mal. Ja. Und machen am besten mal einen zweiten Speicherstand. Also einfach nur... Ja, damit wir das Bild hier behalten. Ja, aber auch genau das Nummer 1 natürlich und Nummer 2 ein Geldproblem, ne? Nicht, dass wir da wirklich an die Stelle kommen, wo... Ne, ich gebe ihm mal hier die Hot Sauce. Ja. Some days you can't get rid of a bottle of hot sauce. Okay, dann nicht. Und dann rein da. Jeder schwingt uns darauf an, oder? Jeder. Okay. Was haben wir da? We Bros. Kannst du jetzt spielen, oder was? Hm. Sieht gerade noch anders genug aus, um eine Klage zu verhindern. Für eine genauere Inspektion des Angry Broads Automaten. Kannst du das spielen? Okay. Kannst du jetzt auch nicht irgendwie das, äh... You can't do anything with this machine. It seems to be stuck in permanent demo mode. You can't do anything. You can't do... Okay. You can't do... Okay, ich sehe gerade, was sie hier gemacht haben. Wow, was sie da für ein Schild haben. Das sind so... Verstehst du, was es mit allen Spielen gibt? Und, okay, was gibt's hier noch? Hier ist ein Tipp. Du kannst immer ein feines Wein aus dem Bild auf der Box. Wenn es wettere Grapes zeigt, ist es das gute Sachen. Ah, ja. Aber ich denke, wir müssen das auch bezahlen. Wir können es hier alles einstecken. Hat der gerade gesagt Beef Butt Plugs? Ja, du hast es richtig gehört. Nee, ist es nicht was Gutes eigentlich? Eigentlich schon. Naja, nehmt mit. Ich mach's nochmal ein bisschen leiser. Ja. Ist man mal lauter oder was? Irgendwie war es gerade lauter als wir oder als du. Ja. Es ist Can-O-Chum, die Fleisch- und Vegetable-Paste mit 1001-Use. Extruded at high speed for extra flavor. Die Schäden below sind stocked with a variety of other canned household staples, such as crushed in heartbroken Tomatoes, emasculated milk and heavy syrup with peach bitlets. Ich würde tatsächlich das Magazin da mitnehmen. Hat er nicht gesagt, dass es irgendwie wichtig war? Oder kann man da was mitnehmen? Also sonst hätte er das nicht so hervorgehoben. Ja. Okay, was haben wir da? Ja, Milk. Eine kurze Frage. Was ist dieser grüne leuchtende Becher neben der Kasse? Siehst du das? Ja. Hat ich ja schon angeklickt. Das kannst du bestimmt mitnehmen, oder? Kannst du das mitnehmen? Ja, ey. Das ist ja schon komisch. Wir reden mal mit ihm. Wobei, wir schauen ihn erstmal an. Er ist ein Klerk in einer Convenience-Store und er hat die Schäden, um es zu prüfen. Wir sind 24 Stunden für alle deine unverdächtigen Nehmen. Äh... Äh, ja. Willst du noch was mitnehmen vielleicht? Also Milch oder so? Denkst du, das ist wichtig? Oh. Ich weiß. Haben wir den Wein genommen? Ja, den haben wir genommen. Kannst du ihn ablenken. Kannst du ihn ablenken. Du musst ihn ablenken. Du inhalst den Klerk's Aroma. Und natürlich, ja. Das darf nicht fehlen. Der Hosenstall. Show me the money or put it back where you found it. This is not a drill. Er muss aber wahrscheinlich einfach das Geld hingeben. Wer hat es uns leisten können. Boah, 30 Dollar. Langsam knapp, ne? Please leave. There is no loitering. Kannst du dir noch den Hosenstall zeigen? Also... Ich probier mal was. Okay. Okay. Spin. Äh. Ha! Glücksspiel, liebe Dach und Herren. Ja, hey. Es lohnt sich. Ja, wie bei Diablo 2. Weißt du noch? Ja, Glücksspiel lohnt sich. Oder... Wo ich gesagt hab, ne? Glücksspiel macht das lieber. Ich muss noch ne Runde. Ja. Noch ne Runde spielen. Liebe Kinder und liebe Nicht-Kinder, die gerade zuschauen. Ich hoffe, dass sie eher Nicht-Kinder sind. Äh. Glücksspiel ist böse. Macht das ja nicht. Ja. Aber es ist die einzige Möglichkeit, im Spiel wahrscheinlich Geld zu bekommen. Aber hey, Gewinn, Oma, ist ja super. Dann mach einfach weiter. Am besten bist du 100 hast, oder? Oh nein. Was siehst du? Ja, übertreibt nicht, ne? Also, 20 ist halt echt viel. Oh, schön. Na komm, jetzt kannst du noch. Wie, wie konnte ich eigentlich 20 einsetzen, wenn ich nur 19 hatte? Nee, du hattest vorher mehr gehabt. Also, das wurde ja schon abgezogen. Oh nein, Floppy. Oh nein, Floppy. Oh. I had to wait. Hm. Oh, tja. So ändert es immer, ne? Oh. 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 Oh, wow. Jackpot. Ach. Nochmal? Ja, nein. Wir brauchen Geld, ne? Es ist halt... Was soll ich sagen? Es ist... Da kommen wir jetzt nicht drum herum, ne? Das hat einfach nur Pech, ne? Ja, so blöd ist gerade... Geben wir das Geld aus und gewinnen es halt immer wieder zurück oder verlieren es halt. Oh Gott. Boah. Jetzt kannst du ein bisschen höher machen. Oh. Sicher? 25? Oh. Boah. Tja. Äh, äh, äh. Tja, was machen wir jetzt, ne? Ich dachte, es gibt keine Dead Ends. Na, warte mal ab. Vielleicht kannst du den, äh, ich sag mal... Du hast jetzt ja bezahlt. Versuch mal, vielleicht kannst du irgendwie den... Äh, Taxifahrer verarschen oder einfach nicht bezahlen. Ich weiß es nicht. Ah, ich hab's wieder rausgeklickt. Das ist doch... Du hast ja bezahlen, Wouldn bilang ich mag. Du hast jaGE! Das ist doch sch我說. Musstück richtig kamen. z